Du sagtest eben der Spitzname Bully Boy, weil er so ein kompakter Typ ist. Mir hat der Bully Boy mal erzählt, er habe zudem noch früher auf einer Stierfarm oder was gearbeitet. Jetzt wo du es sagst, er hat ja auch einen Bullen hinten auf dem Trikot, ne? Ja, ja, genau. Oh, 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 dritte 180 von Price. Drei Neuner gab es noch nie bei einer Weltmeisterschaft. Das ist der dritte Neuner. Und jetzt ist Price übrigens der Einzige. Er ist der Einzige, der sich diesen Bonus von 100.000 Pfund noch sichern kann, wenn er nämlich den zweiten spielt bei dieser WM. Yes!